Man bringe mir einen roten Bullen. Lieber Revoluz-Armführer, ja, von Ihnen gewünscht, der rote Bulle. James, danke. Bitte, mein Liebster. Mmm, love it. Ja, los, weiter! Strip, 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 strip. Wow! Sieh ihm nicht zu auffällig in sein Gesicht, denn er trägt darunter eine Pimmelnase. Pimmelnase. Das war der Pimmelnasensong. Die ist nicht echt. Die ist nicht echt. Du brauchst nicht so gucken, du bist nicht echt. James, man bringe mir einen roten Bullen. Sofort. Sofort. Ich verzichte, ich verzichte. Ich verzichte. Bring mir einen grünen. Jungs, gutes Personal ist schwer zu finden. Finde ich! Halt schon! Ich wünsche dir zu deinem Geburtstag. Alles Liebe, Leonie, Leonie, Leonie. Leonie, Leonie, Leonie. Keiner ist so schön wie sie. Oh, Leonie. Grüß Gott. Kennst du schon den besten Geheimagenten dieser Welt? Codename, Dick Nose. Es geht. Meine Damen und Herren, weil die Jungs von GameBarts viel zu beschränkt und idiotisch sind, haben wir sie einfach durch etwas viel, viel, viel Kompetenteren ersetzt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hallöchen. Möchtest du ein kleines Liedchen hören? Ja, oh Gott, wie süß entdeckt. Ach, kannst du nicht. Also, kannst du mal aufhören, immer deine Nase überall reinzustecken? Nein. Das nervt mich. Okay. Lest grad. Egal, was ihr gesagt habt und was ihr gemacht habt, Leo war's nie. Ich sing mal was. Pass mal Obacht. Mama, sing mal. Schau ihm nicht zu sehr in sein Gesicht, denn unter dem Buch versteckt er seine Pimmelnase. Seine Pimmelnase. Pimmelnasen-Zong. Extremsportler, Seelsor, be-Age, Forscher, seepop-star, seepop-star, seepop-star. Genatan studieren, testen, Schildkarten, Weckar Mario, chef, die züchtert Jegs und reichert Kurka-Min. Der Rechtsanspruch. Immer direkt und freuer, drern für den Jeffenverhandlung. Ich wüsste, dann kümiği rapturend wir auf. Eifeking, treique zu mir, tre대, Telesundesen-Bilde ist natürlich alle. Affen, Affen, Affen. Ich finde Affen geil. Ächt? Affen, Affen, Affen sind alle Affen geil. Ja, Affen, 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 ich finde Affen geil. Affen, Affen, Affen sind alle Affen geil. Go, Affen! Halt die Schnauze. Ich bin meine liebe Maximal-Romantisch-Lebt-Wieder-Wissen. Keiner hilft uns Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen. Da, wo ich meine Bildung hernehme. Glauben wir, das wird super, mit einer Story haben wir schon den Grund, weshalb du in einer Jugendphase gut gelahm bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheater, Spitzball, den finden wir schon raus, wo der Schulgärte drückt. Wir kennen uns seit x Jahren. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es von der Rosenregen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Wir brauchen noch... Zapfenstreich, 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 Zapfenstreich. Nehmen wir das frei! Und damit bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr das Video angeschaut habt. Und auch vor allem bei der Sigi von Kostümverleih Hexenkessel. Vielen lieben Dank, dass du uns die Kostüme zur Verfügung gestellt hast für unseren Blödsinn. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.